Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von Octopath Traveler. Heute geht's mit einem Reisegeplänke los. Freundschaft sagt ihr? Was ist denn, Tressa? Ich habe nur über Herr Leon und Herrn Balthazar nachgedacht. Sie verstanden sich so gut, hätten sie als Piraten gemeinsame Sache gemacht, wären sie unschlagbar gewesen. Warum bestanden sie also darauf, gegenseitig miteinander zu kämpfen? Vielleicht konkurrieren sie miteinander, gerade weil sie sich gegenseitig so bewundern. Wenn ein Mann der Tat einen anderen trifft, will er instinktiv etwas sofort beweisen, dass er der Bessere ist. Ich kann Männer wie Leon sehr gut verstehen. Eins tickt ich für erhalten ähnliche Gefühle. Was ist denn jetzt? Ihr seid heute aber nachdenklich. Ihr seht euch das drückt gerade eben. Erinnert mich so sehr an Herr Leon, wenn er von Herrn Balthazar spricht. Oh, tatsächlich? Auf, auf, in den Wald! Fahrt zur vergessenen Grotte. Okay, dann eben fahrt zur Grotte. Nicht rödeln, laufen. Olibe des Lebens. Kämpfen. Stimmt, ja, die gibt es ja auch noch. Ich hab Händler und die Sankt vom Dieb. Wird mir alles nichts. Für ihn bräuchte ich irgendwie etwas. Was besser, besser nützlicher ist für mich. Rimm. Rimmst du so nützlos. Autsch. Verbrenn die Pilze. Bring it on. Ähm. Der gift ist das Schwein. Und... Torring zu zahlen hier. Kreuzschlag. Victory shall be mine. Kreuzschlag. Der ist auch zweimal. Okay. 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 Wer ist denn in den Bruch versetzen? Dann nochmal Feuer! Und du kannst mal irgendwie ein Horn aufschlagen. Äh, nichts. Autsch. Autsch. Ähm, Wunden heilen. Und nochmal Feuersturm. Und möge die Ablechnung kommen. Und weg sind sie. Uh. Da ist nichts. Mist, ist reingefallen. Rätsel und irgendwie kein Monster. Na klar, dass wir nichts bringen. Pfeilhagel. Pfeilhagel. Verbrenn erstmal die ganzen Pflanzen. Vielleicht mit dem schönen Axie. Gut. Zwarf zu früh, aber gut. Nochmal. Hm. Wo ist der? Eis? Lanze. Ich hoffe, es ist einfach ein... Keine Ahnung. Er hat nur eine Chance. Und... Belebende Würze. Autsch. Autsch. Abrechnung, bitte. Kleines Schwert war es gewesen. Ein Messer. Die Dolche. Ich bin auch gerade ein Feld. Ich habe lange nicht mehr geguckt, wie die ganzen Fähigkeiten. Machen. Dem fehlt noch ein paar Punkte. Hier auch noch ein paar. Und der kann auch mal was machen. Mh. 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 Zu den Rücken. Füße. Doppelschoß. Geduld. Hinten Buckhammer raus. Und dafür das rein. Mh. Ist der Kaktär nicht in der Notlage? Überlebt er alle an so einem schädlichen... Mh. 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 ORTER-. Mh. 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 Kann ich auch irgendwann alles mal umändern. Okay, die wieder. Auf jeden Fall ein letztes Gefecht. So, wir sind jetzt mal weg. Auf jeden Fall einmal Lagerfeuer. Äh, Lauffeuer heißt jetzt nicht Lagerfeuer. Ich werde auch langsam mal lernen wieder. Und Feuerstummen. Die Verkäufe wird mir sein. Ich werde nicht mehr in den Fall sein. Du kannst auch mal wieder was sammeln. Bisschen Geld. Und du kannst nochmal ein Gefecht aufheben. Was ist die große Idee? Was ist die große Idee? Das ist schlecht. Auf jeden Fall heißt... Autsch. Ähm. Belebt die wieder. Autsch. 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 So was nicht gedacht. Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte vergessen gehabt. Mehr heilen. M. Was soll ich denn jetzt benutzen? Ähm. Ich brauche eine Olive. Ruhig eine in Größe M. Jetzt kommt die Abrechnung, ihr Kleinkrebse. Und das ist das. Okay. Einmal speichern. Ich werde hier alles raushauen. Und jetzt, kleine Lady. Der brennt sie. Hier. Outta my way. Hm. Wo-ah! Fuck death! Fuck death! Here goes nothing! Kompensation. Vollzieht. Weg, weg, weg. Irgendwie muss ich doch da oben rankommen. Och, geht mal weg. Ihr stört nur. Spiel, das war nicht nötig. Entschuldigung. Endlich. Gut. Ich wollte die Kiste haben. Aber es ist doch kein nützloser Weg. Ein Schattenzehenstein. In Größe M. Dann greif auch gleich als erstes an. Misch mal was aus dem schädlichen Samen. Und gefurzeln. Hä? Ach so, schädlicher Staub. Und der Kicke macht einen guten Hund zum Tod. Und wie wär's, junge Lady? Einmal kurz. Feuersturm. Wir stehen immer noch rum. Feuerball müsste reichen. Ja. Und wie wär's? Ja. Wie wär's? Wie wär's? Auch wenn. Da liegt alle auch wieder. Und wir müssen erstmal deins fällig kriegen. Achi, ups, ich fliehe. Genau vor der Höhle noch und genau mal die Gleichen. So, die vergessene Grotte. Das fällt mir grad ein, ich hab doch Ausrüstung bekommen. Aber das ist keine Verbesserung. Obwohl. Ausweichen ist wichtig. Ja, viel Betrieb braucht mich auch. Äh, der hat ja doch so. Dann erstmal bei Tressa. Ja. Sie hat das beste Schild. Ausweichen geht sowas von runter. Die ist doch sowieso noch nicht mal die schnellste. Kritik? Nein, das ist nichts wert. Da geht das Kritische noch tiefer runter. Die Ausrüstung hier ist wirklich unkatastrophal. Äh, ich hab keine Ahnung. Letztes Gefecht! Ja. Letztes Gefecht. Durch sich so oft ein. Donnerblitz. Äh, ähm. Möchtest du Wind? Wind mag es nicht. Wind mag es nicht. Toll. Ehh, das ist ein Schild. Das ist noch mal ein Schild. Das ist noch Lief. Wohyn! Aber das ist noch nicht so. Die Wim. Das ist das Schild. Das ist schon immer. Genau, das ist hier. Genau. Sollte sanction! Das ist noch nicht so. Okay, ich wollte heilen, oh, tausend schwer. Nochmal. Nochmal. Ach du liebe Güte, willst nur mal sind deine Sturm. Und du nochmal. Und jetzt auf jeden Fall. Näher heilen. Ja. Ich vergesse jedes Mal, dass nur einer angreift. Was? 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 Das ist nie passiert. Was? 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 Noche? Sei... Was? Wirkommen um... was? Ha! Guide mich BB-2-3-I-D1-2-0. Oh. Die Grotte ist so verwirrend. Ein toter Pirat. Die mögen doch immer irgendwie kein Feuer. Falsche Entscheidung. Wurde vom nicht mehr lebenden Leben. Mehr heilen. Horizontal. Wurde vom nicht mehr leben. Wurde vom nicht mehr leben. Schnee. Was hat schon? Ich bin schon gewundert. Ich wollte nicht, dass du nicht. Ein anderes nicht wollte ich. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Ach du liebe Güter. Nein, du bist nicht. Lass uns das machen. Ich will nicht zurückhalten. Halt dich. So. Sind die weg. Busten kann ich nicht. Hätte sowieso er mir geheilt. Und Albrecht schläft. Abrechnung. Und das ist das. Busten kann ich nicht. Fortschrack. Komma. Jetzt fliehen. Das war's. Das war's. Auf jeden Fall. Dein Meepart. Euch noch einen schönen Tag. Und ciao. Lasst konta. Und da.